Moin Moin, hier ist heute der Berner zu Lenzburg. Ich grüße euch. Es geht weiter auf die Südthermann V8.0, die Finalmap. Und heute wollen wir langsam anfangen, die Reibkuchenfabrik. Also, bei uns heißt das Kartoffelpuffer, die Reibkuchenfabrik in Gange zu bringen. Da habt ihr, seht ihr gerade, dass ich dann mit dem Wassereck erwähnt war. Und Zwiebel habe ich schon hingebracht. Und dann fehlen jetzt noch Kartoffeln, Öl. Und dann wollen wir mal schauen, was da noch funktioniert nachher. Na gut, ihr wisst, ich schnacki so viel. Ich bedanke euch erstmal, sage Moin Moin. Euer Ferns. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Busik Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020